Ansage! Dass eine deutlich gesteigerte künstliche Spezialintelligenz Empathie, politisches Geschick usw. entwickelt, ist eine haltlose Behauptung. Nur wer nicht entfernt verstanden hat, was Geist, Bewusstsein oder Gefühle sind, kann tote Rechenmaschinen diese Hürden im Vorbeigehen überspringen lassen. Hört, hört, da hat offenbar jemand verstanden, was Geist ist, und dieser jemand hat ein neues Buch geschrieben. Das macht doch neugierig. Ich unterbreche meine kleine Videoreihe zur Philosophie des Geistes, um mir dieses Buch mal genauer anzusehen. In der Hoffnung auf Antworten darauf, was Geist, Bewusstsein oder Gefühle sind – und warum Rechenmaschinen sie nicht entwickeln können. Erstmal mit der quasi-philosophischen Denkschule Deichkind gefragt, wer sagt denn das? Sein Name ist Richard David Precht, 55 Jahre alt, mehrfacher Bestsellerautor, einmaliger Fernsehpreisträger und das vielleicht bekannteste Gesicht der deutschen Philosophie. Oder dem, was es davon in die Massenmedien schafft. Gemein gesagt, die Konsumversion der deutschen Philosophie. Nun, dass sich jemand aus dem Elfenbeinturm schwingt und versucht, Philosophie auf anderem Wege als in Form voraussetzungsreicher Fachbücher zu vermitteln, daran habe ich natürlich erstmal nichts auszusetzen, liebes YouTube-Publikum. In diesem Sinne – Willkommen zu einer philosophischen Buchkritik. Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens – so lautet der Titel dieses neuen Buchs von Precht. Große Themen, die der Autor darin anspricht, und doch handelt es sich als ein Essay von rund 250 Seiten um ein vergleichsweise kleines Werk. Im Vergleich zum Beispiel zu Prechts bis dato dreiteiliger Philosophiegeschichte mit über 1.800 Seiten, zu welcher der vierte und letzte Band im nächsten Jahr veröffentlicht wird. Der Essay zum Thema Künstliche Intelligenz – kurz KI – und Lebenssinn ist am 15. Juni 2020 im Goldman Verlag erschienen, mit einem Vorwort vom April dieses Jahres und ist damit so aktuell, dass auch die Coronakrise schon zur Sprache kommt. Darin, wie fast alle Lebensbereiche von ihnen betroffen sind, ähneln sich das Virus und die KI gewissermaßen, was sich in der breiten Palette an Fragen widerspiegelt, die Precht aufwirft und zum Teil beantwortet. In diesem Beitrag will ich das Buch unter die Lupe nehmen, mit Fokus auf dem ersten Themenbereich, der KI, und dazu auch einige externe Einsichten zur KI mit einbeziehen. Wie immer gilt, alle Literaturangaben und Quellen finden sich im Blog. Der Link zum Skript sowie eine klickbare Kapitelübersicht für diesen Beitrag hier gibt's unten in der Description. Das wird ein etwas längerer Beitrag heute, daher hier erstmal für Ungeduldige die Kurzfassung. Precht hat ein weiteres leicht verdauliches, gut verständliches, meinungsstarkes Buch verfasst, das gekonnt mit Sprache spielt und Spitzen setzt. Er macht auf wichtige, große Probleme und kleine Details aufmerksam, bezieht Position, stellt aktuelle Probleme zur Diskussion und nimmt, wie damals in Warum gibt es alles und nicht nichts, mal wieder Bezug auf die Mumins, womit mein Herz immer noch leicht zu gewinnen ist. Der Fokus des Buchs wird klar abgesteckt. Es geht mit einem Wort um die Frage eines künftigen Menschseins in einer immer technisierteren Welt. Die zentrale These aus Künstliche Intelligenz und Der Sinn des Lebens hat Precht in einem Beitrag für Die Zeit prägnant zusammengefasst. Roboter können keine Moral. Moral lasse sich prinzipiell nicht programmieren und deshalb werde KI den Menschen auch nie in den Schatten stellen. Der Mensch kann sich nur selbst in den Schatten stellen, wie das Bild zum Beitrag zeigt. Bei einem solchen Buch, das in knapper Form klare Ansagen zu kontroversen Themen macht, da wundert's nicht, wenn es auch viel Angriffsfläche bietet und auf Kritik stößt. Mich selbst hat die Lektüre stellenweise sehr geärgert, doch dazu später mehr. Etwas banale Anmerkung vorweg, trotz der Kürze des Essays fällt das Fehlen von Kapitelübersicht, Sachverzeichnis und Personenregister bei näherer Auseinandersetzung mit dem Inhalt als nervig auf. Das suchende Blättern im Buch ist ohne eigene Lesemarken nicht gerade effizient. Aber Effizienz ist ja eh so eine Sache, die der Autor eher kritisch betrachtet. Effizienz kann nämlich nicht nur als Vorteil gesehen werden. Wir wollen nicht effizient Wein trinken. Super Gag. Hat sich gelohnt. In der Digitalausgabe wird dieser formale Makel durch die Suchfunktion kompensiert, die E-Book-Reader und manchmal auch die Blick-ins-Buch-Option bei Amazon bereitstellen. Ob dabei schon künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt? Was ist künstliche Intelligenz überhaupt? Mit einer Definition seines Kernbegriffs hält sich Prechts Essay nicht lange auf. Der Autor stellt klar, »Dieses Buch sagt Ihnen nicht, wie künstliche Intelligenz technisch funktioniert oder welche vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sie in der Gegenwart und Zukunft bietet.« Das würde natürlich zu weit führen, auch hier. Dem Begriff »kurz zu definieren« kann trotzdem nicht schaden, damit wir immerhin alle im Bilde sind, wovon wir im Folgenden reden. Wen das nicht interessiert, einfach ins übernächste Kapitel springen, denn wir nehmen die Definition in zwei Schritten vor. Zunächst wollen wir wissen, was ist Intelligenz? Eine allgemeingültige Definition, was Intelligenz ist, die gibt es nicht. Das macht die Definition von künstlicher Intelligenz natürlich nicht gerade einfacher. Doch wenn auch keine allgemeingültige, so gibt's immerhin ein paar, wie ich finde, gute Definitionen. 2007 erschien ein Artikel mit einer Sammlung von rund 70 Erklärungen zu Intelligenz. Die Quintessenz davon, in der die hervorstechenden Merkmale des Begriffs zusammengefasst sind, ergibt folgende weit gefasste Definitionen. »Intelligence measures an agent's ability to achieve goals in a wide range of environments«. Der englische Begriff »agent« hat im philosophischen Kontext zwei Bedeutungen, womit wir diese Definition ins Deutsche übersetzt so wiedergeben können. »Intelligenz ist das Maß für die Fähigkeit einer handelnden Person oder wirkenden Kraft, in einem breiten Spektrum von Umgebungen Ziele zu erreichen. Ziele können alles Mögliche sein, von Zeitvertreib, ein Spiel spielen, nen Ball ins Tor schießen, über sozialen Austausch, einen Kontakt pflegen, einen Artgenossen entlausen, bis hin zum nackten Überleben, Nahrung finden oder vor Gefahr fliehen. Das Fundament für eine Welt, in der Ziele verfolgt werden, ist Information. Die Geschichte der Intelligenz beginnt demnach mit der Fähigkeit, Informationen zu verschlüsseln. Eine weitere, enger gefasste Definition stammt von Fatmi und Yang und lautet wie folgt »Intelligenz ist die Fähigkeit des Geistes, in eine vormals als ungeordnet betrachtete Situation gedanklich Ordnung hineinzubringen«. Soviel zur Intelligenz allgemein. Mit der weit gefassten Definition dürfte Precht gemäß der Argumentation in seinem Buch eher nicht übereinstimmen. Auf den Grund dafür gehe ich im Abschnitt über die Intelligenz der Evolution ein. Kommen wir zunächst zum zweiten Schritt. Was ist künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz ist, wenn Maschinen besagte Fähigkeiten beherrschen, wobei ein Unterschied gemacht wird zwischen schwacher und starker KI. Ey Alexa, was ist schwache KI? Das ist schwache KI. Eine künstliche Intelligenz, die auf einen bestimmten Aufgabenbereich beschränkt ist und heute noch schnell an dessen Grenzen gerät. Was ist da gerade passiert? Meine menschliche Intelligenz hat sich das Ziel gefasst, eine Antwort auf eine Frage zu bekommen. Dabei habe ich von meiner Fähigkeit Gebrauch gemacht, die nötigen Informationen zum Erreichen dieses Ziels zu verschlüsseln. Als Code diente mir die natürliche Sprache. Das Ding in der Ecke ist mit Mikrofonen ausgestattet und ans Internet angeschlossen, sodass es mein Gelaber aufzeichnen und an die Cloud schicken kann, in der eine KI das Ziel verfolgt, den Sprachcode zu entschlüsseln, enthaltene Infos daraufhin auszulesen, welche Befehle oder Fragen sie liefern und ihrerseits neue Informationen zu verschlüsseln, die bestenfalls eine richtige Reaktion oder Antwort darstellen. Klappt mal besser, mal schlechter, wie gerade gehört. Deshalb steht Alexa in der Ecke, weil sie sich schämen soll. Schwache KI. Shame. Shame. Schwache KI ließe sich auch so definieren. Jede Art von KI, an die wir uns gewöhnt haben, ob Schachcomputer oder Navi, ist schwache KI. Anders gesagt, schwache KI ist jede Art künstlicher Intelligenz, die es bereits gibt. Man könnte auch sagen, dass es bei schwacher KI um die Simulation von intelligentem Verhalten geht. Bisher kann künstliche Intelligenz echt froh sein, keine Gefühle zu haben, denn sonst würde sie vermutlich wie die maulende Myrte ein trauriges Dasein fristen, nur halt eher im PC statt im WC. Als Ende der 90er Jahre zum Beispiel zum ersten Mal ein Computer gegen den menschlichen Anwaltmeister im Schach gewann. Da stieg nicht etwa unser Respekt vor der KI, sondern es sank unser Ansehen fürs Schach. Es wohl doch kein Spiel für schlaue Leute, wenn so ein dummer Computer das hinkriegt. Und dieser Computer ist natürlich allenfalls eine schwache KI. Noch ein Beispiel. AlphaGo, das Computerprogramm von Google DeepMind, das 2016 den südkoreanischen Go-Großmeister Lee Sedol schlug, verstand nicht entfernt, was es tat und konnte es auch nicht erklären. Wieder weiß Precht hier sehr entschieden darauf hin, wer hier was nicht entfernt versteht. Aber hat Precht denn verstanden, was Go ist? Bei dem asiatischen Brettspiel gibt es mehr Zugmöglichkeiten als Atome im Universum. Beim Go ist deshalb eine Mischung aus Logik und Intuition gefragt. Begabte und erfahrene Spieler spüren, welcher Zug in einer bestimmten Situation der richtige ist. Die Intuition ist dann die Abkürzung zu ihrem Erfahrungswissen, das nicht explizit, sondern implizit in den Synapsen des Hirns gespeichert ist. Die Spieler können dann nicht erklären, warum der Zug aussichtsreich ist. Nicht nur der Computer, sondern auch die Menschen können sich nicht erklären, was sie da tun. An anderer Stelle schreibt Precht, dass ebenso die Qualität von Liebe ohne Gefühle nicht erklärbar sei. Als wenn sie's mit Gefühlen wäre. Heißt das nun, ein Computer spürt, welcher Zug der richtige ist? Nein. Doch er kann Millionen Male gegen sich selbst spielen. AlphaGo baute so Erfahrungswissen auf, erkannte Muster und welche Spielstrategie zu ihnen passen könnte. Für Experten wirkten AlphaGo's Züge mitunter besonders kreativ, hervorgerufen gebracht durch eine genialische Mischung aus Mustererkennung, Statistik und Zufallsgenerator. Seitdem ist klar, Intuition und vielleicht auch Kreativität sind – je nach Definition – auch keine Domäne des Menschen mehr. Na ja, wie gesagt, schwache KI. Als starke KI würden wir ein System bezeichnen, dessen intellektuelle Fähigkeiten an die des Menschen heranreichen oder sie gar überflügeln. Ist das Aufkommen einer solchen KI in absehbarer Zeit zu erwarten? Precht meint, die Wahrscheinlichkeit sei verschwindend gering. Aber schauen wir in sein Buch doch erstmal rein. Zum Auftakt von künstlicher Intelligenz und der Sinn des Lebens stellt Precht zwei Linien oder Bewegungen gegenüber. Die eine Bewegung wolle den Kapitalismus überwinden und zurück zur belebten Natur. Die andere Bewegung wolle den Menschen überwinden mit technischen Mitteln und im Zuge dessen die Natur hinter sich lassen. Die philosophischen Denkrichtungen zuletzt der Transhumanismus und der Posthumanismus, an denen Precht harsche Kritik übt. Ein Aspekt des Transhumanismus ist zum Beispiel das Enhancement, also die Erweiterung oder Verbesserung des Menschen, sei es chirurgisch, technologisch, pharmakologisch schwierige Themen. Umso erbitterter sind die gesellschaftlichen Kontroversen, die heute darüber geführt werden. Und je mehr Möglichkeiten des Enhancements gibt, umso mehr Kontroversen könnte es geben. Das ist ja gerade das Fälle an der Demokratie. Precht erzählt parallel zueinander die Geschichten besagter zwei Linien oder Bewegungen, also einmal die des Umweltbewusstseins in westlichen Industriestaaten und einmal die des informationstechnischen Fortschritts durch künstliche Intelligenz. Den Ausgangspunkt bildet der Dartmouth-Workshop im Jahr 1956. Das war ein Forschungsprojekt zum Thema künstliche Intelligenz, im Rahmen dessen dieser Begriff überhaupt erstmals im akademischen Kontext verwendet wurde. Die Vermutung, ob Computer in der Lage sein könnten, menschliche Intelligenz nachzuahmen, wurde wohl gemerkt schon viel früher gehegt, etwa im 19. Jahrhundert von der Mathematikerin Ada Lovelace. Ziel des Projekts im Jahr 1956 war es jedenfalls herauszufinden, wie Maschinen dazu gebracht werden können, Sprache zu benutzen, Konzepte für Problemlösungen zu bilden, die heute noch den Menschen vorbehalten sind und sich selbst zu verbessern. Unter anderem für ein paar Sommerwochen erscheint dieses Ziel aus heutiger Sicht, gelinde gesagt etwas überheblich formuliert. Wir denken, dass bei einem oder mehreren dieser Probleme ein bedeutender Fortschritt erzielt werden kann, wenn eine sorgfältig ausgewählte Gruppe von Fachleuten einen Sommer lang gemeinsam daran arbeitet. Und was war? Viel mehr als Brainstorming kam nicht dabei herum. Seitdem sind über sechs Jahrzehnte vergangen, in denen Maschinen lang und mühevoll dazulernten, schreibt Precht. Klingt nach viel Zeit und wenig Fortschritt, doch wenn wir im Vergleich betrachten würden, wie die Menschen lang und mühevoll dazulernten, kämen wir auf einen Zeitraum von nicht sechs Jahrzehnten, sondern mehr als sechzig Jahrtausende. Insofern ja, Maschinen lernen langsam, aber mit dem Menschen als Maßstab und Vorbild – ein Wunder, dass sie überhaupt lernen. Precht stellt jedenfalls fest, dass es zu wenige Menschen gäbe, die sich sowohl um die Umweltfrage als auch um den technischen Fortschritt durch KI scherten, weshalb zwischen diesen beiden Bewegungen die Kluft unserer Zeitverlaufe. Das spricht Precht einen relevanten Punkt an, der auch auf einer Tagesordnung zum Transhumanismus im Jahr 2018 schon auf der Tagesordnung stand. Damals war es André Banning, der zu dem Schluss kam, »Angesichts der ökologischen Entwicklungen und Gefahren wäre die Diskussion um den Transhumanismus gut beraten, wenn sie sich in Zukunft nicht nur der Frage nach der technologischen Veränderung des Menschen selbst widmen, sondern der Diskussion zur Erhaltung seines Lebensraumes weitaus mehr Raum geben würde.« Der ganze Beitrag ist nachzulesen in dem Sammelband »Designobjekt Mensch«, der sich deutlich sachlicher, aber klar auch trockener liest als Prechts gerne mal polemisierender Essay über IT-Gurus und Techno-Utopisten in der Vernunftkrise. Untergraben wird das ernste Pochen auf diese reale Problematik in dem Buch »Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens« mal wieder vom etwas konfusen Umgang mit Verweisen und Zahlen. Darauf gehe ich etwas detaillierter im Blogbeitrag zu diesem Video ein, auch mit ein paar Beispielen. Diese Beispiele kommen direkt aus dem ersten Kapitel und damit war ich schon früh skeptisch und wachsam gestimmt, was Prechts weitere Angaben und Argumentationen angeht. Und so sehr mir das Buch insgesamt eine interessante Lektüre war, so wenig hat mich Precht letztendlich doch für seinen Standpunkt gewonnen. Nicht nur, aber auch wegen solcher formaler Unstimmigkeiten, die nun mal nicht Herzblut und Sorgfalt vermuten lassen, sondern eher eine Blitzrecherche für das x-te Buch passt schon. Wahrscheinlich ist, dass ich nach diesem Buch ein weiteres Buch schreibe, weil ich schon 15 Bücher geschrieben habe. Prächtige Bilanz. Nun ist es für seine Bücher nicht ungewöhnlich, dass die Endnoten ein Sammelsurium von Belegen und Links ganz unterschiedlicher Qualität und Relevanz sind. Ähnlich etwa in »Jäger, Hirten, Kritiker« – Prechts »Utopie für die digitale Gesellschaft« aus 2018. Auch in meiner Buchkritik zu seinem Bestseller »Wer bin ich und wenn ja, wie viele?« hatte ich ja am Umgang mit Fakten und Verweisen schon rumgekriddelt. Drum sei, der Fairness halber daran erinnert, dass auch Prechts neues Buch ja keine wissenschaftliche Abhandlung sein will, sondern ein Essay. Und ein Essay ist – dem Begriff nach – eben ein mehr oder weniger ausführlich geratener Versuch, zu einem bestimmten Thema die eigenen Gedanken darzulegen, so wie es Precht seit Jahrzehnten erfolgreich unternimmt. Im Jahrestakt widmet er sich Fragen, über die Philosophen, die es in der Wissenschaft zu etwas bringen wollen, ein Leben lang grübeln. Das ist nicht Prechts Anspruch. Er liefert Debattenbeiträge. Bemerkenswert ist sein feines Gespür für Themen, die das Bildungsbürgertum bewegen. Ein Thema, das immer zieht und spürbar immer dringender wird, ist das, was uns Menschen als menschlich auszeichnet. Und ob uns diese Merkmale bald streitig gemacht werden könnten. Es ist die alte Frage der philosophischen Anthropologie. Was ist der Mensch? 2500 Jahre lang – fast Precht grob vereinfacht zusammen – habe die Antwort der westlichen Kultur gelautet, der Mensch sei das Andere der Natur. Doch Precht erklärt den Menschen – nach wie vor, wie schon in Jäger-Hirtenkritiker – zum Anderen der künstlichen Intelligenz. Und während zuvor oft die Rationalität des Menschen als Alleinstellungsmerkmal hervorgehoben und idealisiert worden war, macht Precht dasselbe nun mit der Emotionalität des Menschen. Die menschliche Intelligenz ist durchzogen von Emotionalität und Intuition, Spontanität und Assoziation. Der gesunde Menschenverstand – Common Sense – ist kein Synonym für Rationalität, sondern im gleichen Maße Einfühlung in die Situation unter dem Einfluss von Werten. Künstliche Intelligenz hingegen empfinde keine Werte. Was KI alles nicht kann und nicht ist, darüber wird in diesem Kapitel ausführlich sinniert – im Präsenz wohlgemerkt. Dass Computer mit der menschlichen Intelligenz ernsthaft konkurrieren werden, halten viele unter Berufung auf den momentanen Stand der Technik für ein Hirngespinst. Aber die Computertechnik macht eine rasante Entwicklung durch. Fähigkeiten, die vor zwei Jahrzehnten nicht für möglich gehalten wurden, werden heute technisch umgesetzt. Dieses Zitat ist selbst zwei Jahrzehnte alt und stammt aus einem Buch von Ray Kurzweil. Precht kennt es und zitiert auch daraus, jedoch nur um den Inhalt als Hokus-Pokus abzutun und den Propheten Kurzweil mit dem Zauberer Merlin zu vergleichen. Es stimmt, dass Kurzweil viele falsche Vorhersagen gemacht hat. Doch mit, wenn auch nicht so konkret ausgemalten Vorhersagen, ist Precht ja selbst nicht gerade zurückhaltend. Dass etwa seine Gegenwartsbetrachtung trotz etwaiger Entwicklung in der Computertechnik auch in Zukunft, etwa in 20 Jahren, noch Bestand haben sollte, da scheint er sich sehr sicher zu sein. Denn so viele großartige Fähigkeiten unterscheiden Menschen nicht nur graduell, sondern prinzipiell von ihren Maschinen. Einen biologischen Grund dafür sieht Precht darin, dass unsere emotionale Seite ja nicht nur von Affekten im Gehirn ausginge, sondern auch von unseren Darmbakterien zum Beispiel, dem ganzen komplexen Organismus, den unser Körper bildet. Hinzu kämen unsere Erziehung und viele andere Faktoren, während KI weder Gemeinschaft noch soziale Kultur kenne. Was den Menschen zum Menschen macht, so Precht, sei die besondere Art und Weise, wie wir mit unserer Umwelt kommunizieren. Wir reagieren nicht einfach auf sie, sondern wir konstruieren sie uns von einem Selbst ausgehend als unsere Welt. Für unsere Moral heißt das, wie Precht mit Bezug auf Hume, Hyde und Miet schreibt, »Die menschliche Moral ist irrational, von nicht-generalisierbaren, sozialen Intuitionen durchzogen, hochgradig situativ, abhängig vom Kontext und aufs engste verbunden mit unserem Selbstwertgefühl.« So kommt Precht zu seiner These, dass Moral nicht programmierbar sei. Wenn wir nun von den vielen großartigen Fähigkeiten der Menschen, so einige schon den Maschinen beigebracht haben – lesen, schreiben, rechnen, Muster erkennen, Musik komponieren zum Beispiel – dann bleibt doch die Frage, welche Fähigkeiten denn wirklich prinzipiell nicht von Maschinen übernommen werden können. Für Precht sind es die stummen Fähigkeiten, die uns im Alltag zumeist gar nicht deutlich werden. Und doch machen sie uns mindestens ebenso sehr zum Menschen wie die bewussten Operationen unseres Verstandes. Wir rechnen, sehen und hören sehr viel schlechter als Computer. Aber wir orientieren uns auf grandiose Weise in oft unendlich komplexen Kontexten. Die Datenwelt der künstlichen Intelligenz hingegen nimmt nur wahr, was sie wahrnehmen soll. Diese Welt ist sehr viel kleiner als die menschliche. Ihr fehlt, wie Donald Knuth sagt, alles Gedankenlose. Wieder Präsenz. Abgesehen davon, dass die Aussage von Donald Knuth über die Gedankenlosigkeit künstlicher Intelligenz aus – im KI-Kontext – ferner Vergangenheit stammt, nämlich dem Jahr 1981. Allerdings, rund 40 Jahre später sagte Knuth im KI-Podcast mit Lex Friedman vor ein paar Monaten noch, dass er nach wie vor nicht sehe, dass ich dem annähere, was er als Intelligenz bezeichnen würde. In demselben Interview räumt er aber die Möglichkeit ein, dass ich etwas kreieren lasse, ohne es exakt verstanden zu haben. Er selbst als Experte für Informatik tue das andauernd. Nun bin ich weder Experte für Informatik allgemein noch für das Teilgebiet KI. Aber das Gleiche lässt sich – nichts für ungut – vermutlich auch über Precht sagen. Mir jedenfalls leuchtet noch nicht ein, warum die vergleichsweise kleine Datenwelt der künstlichen Intelligenz nicht irgendwann einen kritischen Punkt hin zu der Komplexität unserer Welt überschreiten könnte, die doch auch eine Datenwelt ist, selbst dann, wenn wir gedankenlos in ihr herumtapsen. Precht unterscheidet zwischen der objektiven Realität, der subjektiven Realität unserer Sinneswahrnehmungen und der Realität, die wir rekonstruieren, damit die KI sie auslesen kann, womit es sich dabei immer um eine Realität aus dritter Hand handele. Nichtsdestotrotz bewegt sich eine solche KI ja wie wir in der objektiven Realität und nimmt sie, ähnlich wie wir, irgendwie wahr. Was sonst macht etwa eine KI, die einen Tesla im Autopilot-Modus steuert und mit GPS-System, hochauflösenden Kameras, Laser- und Radarsensoren die Umgebung scannt, statt mit ein paar Augen und Ohren. Dabei beherrschen aus Daten lernende Software in Verbindung mit steuerungsfähiger Hardware den Dreischritt von Erkennen, Erkenntnis und Umsetzung in einer Handlung immer besser, wie Thomas Ramm geschreibt im 2018 erschienenen Reklamheft Mensch und Maschine. Die Fähigkeit des Erkennens haben Computer erst vor wenigen Jahren erworben. Die besten von ihnen können heute unterscheiden, ob auf der Straße ein Papierknäuel liegt, den das Fahrzeug getrost überfahren kann, oder ein Steinbrocken, dem es ausweichen muss. Das ist beeindruckend und es bringt uns zu einem beliebten Thema bei Precht, dem autonomen Fahren. Ob im eingangs erwähnten Zeitartikel, im Saartalk, in dem etwas tendenziösen Beitrag von Titelthesen Temperamente, oder in seiner eigenen Sendung zum Thema KI schon im vergangenen Jahr. In der Vorbereitungsphase und auf den Promostationen für sein neues Buch, da durfte das autonome Fahren mal als ausführliches Beispiel, aber wenigstens doch als Stichwort herhalten, zu der Grenze, die Precht ziehen möchte. Bis hierher und nicht weiter. Das dazugehörige Beispiel dürfte einigen schon bekannt sein. Ein autonom fahrender Wagen gerät in eine brenzlige Lage, einen unvermeidbaren Unfall. Die KI im Cockpit muss binnen Millisekunden entscheiden, ob sie in das jugendliche Paar lenkt, das gerade sein erstes Date hat, oder in die drei nicht mehr ganz so jugendlichen Damen, die ihre Rollatoren zurück zum Altersheim schieben. Welche Leben sind nun mehr wert? Ein Mensch könnte diese Entscheidung im Falle eines Unfalls gar nicht treffen, sondern würde instinktiv, impulsiv irgendwie das Lenkrad rumreißen oder auf die Bremse treten oder beides. Eine künstliche Intelligenz könnte die einen Leben gegen die anderen verrechnen, nach welchen Faktoren auch immer, und damit ein quasi rationales Urteil fällen, binnen Millisekunden. Eine solche Hochrechnung von Lebenswert wäre eine ethische Programmierung. Und genau hier sagt Precht Stopp. Ein klares Nein zu jeder ethischen Programmierung. Das sei die nächstliegende und zugleich reflektierteste Lösung. Keine ethische Programmierung. Niemals. Entscheidungen über Leben und Tod sind keine, die an künstliche Intelligenzen abgetreten werden können. Einen Todesalgorithmus darf es niemals geben. Aber ein Lebensalgorithmus denn? Entscheidet KI, die medizinische Diagnosen vornimmt oder ein Flugzeug landet, was ja schon vorkommt, nicht auch über Leben und Tod? Indirekter halt? Obwohl auch ziemlich direkt, wenn es es falsch macht? Künstliche Intelligenz kann sich segensreich auswirken und Künstliche Intelligenz kann zum Albtraum werden, und die Grenze ist relativ einfach zu benennen. Immer da, wo Künstliche Intelligenz über menschliche Lebensschicksale entscheidet, also über Menschen richtet, da sollten wir besser die Finger davon lassen, sonst kommen wir in Teufelsküche. Ich weiß nicht. So relativ einfach finde ich diese Grenze hin zum Richten über Lebensschicksale gar nicht. Einen Eindruck davon, wie subtil und fließend der Übergang von segensreicher zu albtraumhafter KI sein kann, den vermittelt die Schriftstellerin und Technosoziologin Zeynep Tufektsche in ihrem TED-Talk über KI-gesteuerte Online-Werbung. Ich hab den Beitrag mal unten verlinkt. Jene Dilemmasituation eines unvermeidbar tödlichen Unfalls weiß Brecht in seinem Buch natürlich zu lösen, mit einer simplen, regelbasierten Antwort, die doch hundertmal besser sei als das programmierte Abschätzen menschlichen Lebens. Diese Attitüde eigentlich einfacher Antworten zu diesem noch komplexen Thema, die zieht sich so durchs Buch. Brecht serviert eine scheinbar unverrückbare Haltung, die anstelle eigenen Denkens auch einfach dankend übernommen werden könnte. Wenn Moral aus den genannten Gründen niemals programmierbar ist, dann sollten wir es auch nicht tun. Wenn Moral aber prinzipiell nicht programmierbar ist, dann müsste Brecht doch gar nicht davor warnen. Mich persönlich stimmt es skeptisch, wenn sich ein Philosoph einen so klaren Durchblick zutraut, wo etliche Fachleute eher leisere Töne anschlagen. Ein Fachmann, der eher nicht so leise Töne anschlägt, ist besagter Raymond Kurzweil. Der Erfinder, Futurist und Entwicklungsleiter bei Google versteht gewiss einiges von künstlicher Intelligenz und dem menschlichen Denken. Dass er dennoch auf viel Kritik stößt, hängt mit den erwähnten Vorhersagen zusammen, die er so gerne raushaut. Wie oft und sehr er mit seinen Thesen daneben liegen kann, das hat die Zeit mittlerweile gezeigt. Seit 1999, dem Veröffentlichungsjahr von Kurzweils Buch, auf das Brecht sich bezieht, haben sich etliche Vorhersagen als falsch erwiesen. Doch Kurzweil hat ja noch weitere Bücher geschrieben, etwa sein umfangreiches Werk »Menschheit 2.0« aus dem Jahr 2005 und »Das Geheimnis des menschlichen Denkens« von 2012, in dem er sehr detailliert und fundiert Einblicke in das Reverse Engineering gibt, also die Rekonstruktion des menschlichen Gehirns. »Hightech-Visionäre träumen von einer Welt, in der Gedanken von Hirn zu Hirn übertragen werden, heruntergeladen wie bei Computern. Glauben kann das nur, wer sich mit dem menschlichen Gehirn nie ernsthaft beschäftigt hat.« Eine solche Einschätzung disqualifiziert Brecht eigentlich, überhaupt noch zum Thema KI angehört zu werden. Denn dass ich Kurzweil bei all seinen wilden Thesen nicht ernsthaft mit dem Gehirn beschäftige, das ist wirklich mit Brechts Worten eine haltlose Behauptung. Im Anschluss an dieses Zitat auf Seite 70 lässt sich Brecht noch weiter über das Wesen von Gehirnen und das Verhältnis von Körper und Geist aus und suggeriert mit jedem weiteren Satz, sehr viel Ahnung von einem Thema zu haben, über das niemand so genau Bescheid weiß, weil es noch viele ungeklärte Fragen der Wissenschaft betrifft, und Brecht erst recht wenig zu wissen scheint. Wie gesagt, das Thema ist komplex, was sagt uns das? »Gesteigerte Komplexität treibt massenhaft Überforderungen hervor. Gewissheiten treten an die Stelle von Ungewissheiten und umgekehrt, ohne dass auch nur entfernt abzuschätzen ist, wohin das führt.« Genau, das ist eine sehr reflektierte Aussage. Woher denn die ganzen Gewissheiten über Ungewisses? Und damit meine ich nicht einmal die wirklich belanglosen Gewissheiten, die einfach nur Zeilen füllen. Sätze wie »Material und dessen Verarbeitung sind nicht identisch« und »Das Gehirn ist kein vom Leib getrenntes Organ, das lediglich mit Blut versorgt wird wie ein Rechner mit Strom«. Das sind nicht gerade Erkenntnisse, sondern Plattitüden, die von den Hightech-Visionären auch gar nicht behauptet werden. Und eine Schlussfolgerung wie die, dass die Substanzlehre von Descartes definitiv falsch sei und deshalb die Übertragung eines Bewusstseins in eine Maschine nicht möglich sei, die vermengt dermaßen abwegig neuzeitliche Geistphilosophie und fortlaufende Gehirnforschung, dass der Gehalt dieser Aussage irgendwie gleich Null ist, oder? Vielleicht verstehe ich das auch einfach nicht, dann erkläre es mir bitte jemand.« Prechts Motiv hinter solchen Tiraden gegen den Techno-Fundamentalismus mit Scheuklappen, wie er ihn nennt, das ist immerhin nicht subtil zwischen den Zeilen verpackt oder so. »Jenseits seines Körpers ist Homo Sapiens kein Leben möglich. Und der komplette Austausch von Leib und Maschine bleibt auf ewig Fiktion. Das hat ohne Zweifel etwas Beruhigendes.« Precht scheint beruhigen zu wollen, seine LeserInnen und vielleicht auch sich selbst. Deshalb pickt er sich aus einem weiten Forschungsfeld die schillerndsten und umstrittensten Figuren, wie Nick Bostrom oder eben Ray Kurzweil, und reitet ein bisschen auf deren Visionen herum. Doch selbst die Bücher eines Ray Kurzweil sind durchaus leer und kenntnisreich und längst nicht nur absurde Spekulationen eines enthusiastischen Optimisten. Das Precht sich einerseits daran stört, die IT-Gurus würden sich nicht ums Ökodesaster scheren, und dass Nick Bostrom ein dickes Buch über Superintelligenz schreiben könne, ohne darin die Zerstörung der Umwelt zu erwähnen. Aber andererseits selbst ein Buch über KI zu schreiben und über das künftige Menschsein in einer immer technisierteren Welt, ohne darin auf Nanotechnik und Quantencomputer einzugehen, das ergibt ein schiefes Bild. Randnotiz, am 20. Juli erscheint »Die verwundbare Welt«, ein neues Buch von Bostrom, in dem sich der schwedische Philosoph tatsächlich mal mit Klimafragen auseinanderzusetzen scheint. Doch das scheint tatsächlich nur so. Vielmehr handelt es sich um einen 2019 veröffentlichten Fachbeitrag mit düsteren Zukunftsszenarien, bei denen das Klima eine ziemlich untergeordnete Rolle spielt. Ist einfach sehr zeitgeistig beworben, das 100-Seiten-Büchlein. Zurück zum Thema. Gerade Kurzweils Menschheit 2.0 gibt thematisch so viel mehr her, dass ich diskutieren und kritisieren ließe. Warum erwähnt Precht es nicht einmal? Und strampelt sich stattdessen an dem Buch »Die Intelligenz der Evolution« ab, das, wie gesagt, aus den 90er Jahren stammt. Es ist nicht so, dass Precht das viel gewichtigere Werk »Menschheit 2.0« nicht auf dem Schirm hätte. Er empfiehlt es sogar in seinem Buch »Jäger, Hilton, Kritiker«. Ein Grund, weshalb Precht sich mit dem alten Buch auseinandersetzt, ist sicher dieses eine Thema, das ihn sehr stört und das in einer neuen Ausgabe so sehr in den Fokus gerückt ist. Als dieses Buch am 1. Januar 1999 erschien, da lautete der deutsche Titel »Homo Sapiens«. Trug damals übrigens nicht unbedingt zur Glaubwürdigkeit von Kurzweils Prophezeiungen bei, dass im Anhang ein Buch über Ufos beworben wurde, aber okay. 2016 wurde dann das gleiche Buch irreführenderweise nochmal unter anderem Titel herausgebracht »Die Intelligenz der Evolution«. Dieser Titel weist auf Kurzweils These hin, dass die Evolution intelligent sei. Was Precht so gar nicht passt. Wenn Charles Darwin, ähnlich wie Adam Smith, in seinen Schriften die Natur anthropomorphisiert, also als Akteurin vermenschlicht, indem er schreibt »Nature das«, »Die Natur täte dies oder das«, dann weiß Precht das zu entschuldigen. Wenn Kurzweils aber der Evolution ein Ziel unterstellt und damit scheinbar als handelnde Akteurin beschreibt, dann wird der Autor beim Wort genommen und durch die Manege gezogen. Kurzweils Vermenschlichung der Evolution erinnere geradezu an die Bibel. Aus der unendlich intelligenten Gottheit ist bei Kurzweil die unendlich intelligente Evolution geworden. Darf ich kurz ein Zitat von Kurzweil dagegen halten, der da schreibt »Die Intelligenz der Evolution erscheint grenzenlos«, aber wollten wir ihren Intelligenzquotienten bestimmen, also den der Evolution, so kämen wir angesichts ihrer Arbeitsgeschwindigkeit wohl auf einen Wert von wenig über Null. Die Evolution verhält sich demnach nur ein Quäntchen cleverer als ein vollständig unintelligenter Prozess. Kurzweil beschreibt die Evolution nicht als unendlich intelligent, sondern als gerade intelligent genug, um den Ball ins Rollen zu bringen. Dass alles Leben nach mehr und mehr Intelligenz strebt, so Precht, das sei ja an Muscheln zum Beispiel nicht abzulesen. Doch dass alles Leben nach mehr und mehr Intelligenz strebt, das behauptet Kurzweil auch nicht. Und dass er die Entwicklungsgeschichte selbst zu einem bewussten Akteur macht, das stimmt so auch nicht. Es sei denn, wir nehmen seine Beschreibung von der Evolution als hervorragende Programmiererin wirklich wörtlich. Was mir nicht ganz fair erscheint angesichts der Tatsache, dass er die Evolution im Satz davor auch noch als intelligenten Prozess beschreibt, warum nicht das wörtlich nehmen? Aber nein, Prechts Urteil steht fest. Die trans- und posthumanistische Sicht der Evolution ist wissenschaftlicher Humbug, weil sie, wie erwähnt, die Entwicklungsgeschichte selbst zum bewussten Akteur macht. Trans- und posthumanismus sind Denkweisen von gestern, als Philosophen die Evolution noch für vorherbestimmt hielten und mit einem Perfektionierungsauftrag ausstatteten. Wer sich wirklich mit Trans- und posthumanismus beschäftigen möchte, sowohl kritisch als auch differenziert, hier ein paar Buchtipps, die ein bisschen mehr hergeben als Prechts enger und einseitiger Blick auf das Thema. Da wären Trans- und posthumanismus zur Einführung von Janina Loh – bezieht sich Precht auch drauf, aber hat wohl nicht geholfen. Transhumanismus – Die gefährlichste Idee der Welt von Stefan Lorenz Sorgner Posthumanismus von Rosi Breidotti und Kritik des Transhumanismus von vier Herren, die dem Transhumanismus nicht die technologiegeprägte Zukunft der Gesellschaft überlassen wollen. Zurück zur Intelligenz der Evolution. Im Gesamtkontext von Kurzweils Werk, da erweist sich die Aktivität, die Kurzweil der Evolution zuschreibt, als genauso wenig von Bewusstsein erfüllt, wie ein aktiver Vulkan weiß, was er tut. Hier sei noch einmal an jene Definition von Intelligenz erinnert, von der ich vorhin meinte, dass Precht damit nicht ganz übereinstimmen dürfte. Intelligenz ist das Maß für die Fähigkeit einer handelnden Person oder wirkenden Kraft, in einem breiten Spektrum von Umgebungen Ziele zu erreichen. Die wirkende Kraft ist es, der Precht keine Intelligenz zuschreiben würde. Kurzweil hingegen schon. Nun ist es völlig legitim, gegen Kurzweils Thesen zu argumentieren. Wenn diese Thesen dabei jedoch auf eine Weise verpackt werden, die Kurzweils Ideen schlicht falsch wiedergeben, dann läuft die eigene Argumentation auf eine Strohmann-Argumentation hinaus. Was ein Strohmann-Argument genau ist, das hat Rezo ja kürzlich noch der FAZ sehr anschaulich erklärt. Das Video mit dem entsprechenden Timecode ist unten verlinkt. Das Evolutionsthema stand schon in besagter Sendung von Precht zur Diskussion im Oktober 2019. Da war der KI-Forscher Prof. Jürgen Schmidthuber zu Gast, einer der mit Abstand wichtigsten Pioniere der deutschen KI-Forschung, wie Precht betonte. Trotzdem prallten Schmidthubers Gedanken zu seinem Fachgebiet anscheinend am Gastgeber ab. Zumindest weichen Prechts Ansichten und Thesen aus dieser Sendung nicht mehr ab zu denen, die er im über ein halbes Jahr später erschienenen Buch »Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens« vertritt. Stattdessen zitiert er darin seinen Gast und nennt dessen Aussage weltfremd. Das liest sich wörtlich so. Vorstellungen wie jene, dass 95% aller KI-Forschung dahin angelegt sei, um Menschenleben länger, gesünder und leichter zu machen, sind weltfremd. Was denkt Precht denn, dass 95% aller KI-Forschung dahin angelegt sei, Menschenleben kürzer, kränker und schwerer zu machen, weil das irgendwie im Sinne der kapitalistisch getriebenen IT-Gurus läge? Es ist schon bemerkenswert, dass Precht seinem Gast Prof. Schmidthuber erklärt, was eine Ideologie ist. Er definiert sie im Wesentlichen als eine einseitige Übertreibung. Mehr zum Ideologiebegriff gibt's im letzten Abschnitt des Beitrags »Die Zerstörung des politischen Lebens«, der es unten verlinkt. Precht jedenfalls scheint selbst von einer bestimmten Sicht auf die Welt ideologisch voreingenommen zu sein. In Sendeminute 27 erzählt er Meine Faszination an der Natur rührt ja daher, dass es keinen Programmierer gibt, dass es an finalen Zielen mangelt. Ich bin ja sehr, sehr fasziniert von der Natur, bin auch sehr viel auf anderen Kontinenten, bin beeindruckt, interessiere mich für Tiere, Pflanzen usw. und warum? Weil es eben nicht auf ein Ziel hin und einen Nutzen hin programmiert ist. Na, wenn das so ist, dann darf es natürlich auch nicht anders sein. Prechts Faszination für die Natur und speziell für Tiere ist seit seinem Buch »Noahs Erbe« aus dem Jahr 2000 schon bekannt. Wenn diese Faszination nun davon abhängt, dass die Natur keine Intelligenz hat bzw. kein wie auch immer definiertes Ziel, dann sollte es sich auch bloß nie als anders herausstellen, denn sonst hätte die Natur ja nichts Faszinierendes mehr an sich. Oder… oder wie? Am Ende gibt es darauf, was Geist, Bewusstsein oder Gefühle seien, keine Antwort, die mir ein tieferes Verständnis vom Menschen vermittelt. Aber wer gerne Precht liest, wird sicher auch an diesem Werk trotz allem Gefallen finden, wenn nicht gar wegen all dem, was ich zu beanstanden hatte. Denn womöglich macht ja eben dieses unerschütterliche Selbstbewusstsein von Precht dessen Reiz aus. Seine Gedanken zum Sinn des Lebens habe ich hier mal außen vor gelassen, um nicht noch mehr vorwegzunehmen. Nur so viel sei gesagt, Hannah Arendts Philosophie zum Sinn des Lebens hat mir persönlich mehr gegeben. Abschließend würden mich eure Gedanken zu Prechts Buch »Künstliche Intelligenz oder der Sinn des Lebens« oder und »Der Sinn des Lebens« – worüber habe ich geredet die letzte halbe Stunde? Abschließend würden mich eure Gedanken zu Prechts Buch »Künstliche Intelligenz und »Der Sinn des Lebens« interessieren oder auch nur zu den titelgebenden Themen. Falls jemand noch Tipps hat, welche Links oder Literatur sich zu weiteren Auseinandersetzungen mit »Künstlicher Intelligenz« anbieten, gerne in die Kommentare. In zwei Wochen geht's dann wieder nach Plan mit dem ersten Beitrag über René Descartes' Meditationen über die Ärztephilosophie weiter. Ja, ach komm. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!